Was sind das für Kapitalmärkte? Die Zinsen sind quasi abgeschafft. Die Europäische Zentralbank kauft mittlerweile sogar Unternehmensanleihen. Und das Bargeld, selbst das Bargeld steht zur Debatte. Das sind Entwicklungen, die nachdenklich machen und die vor allen Dingen diskutiert werden müssen. Und das wollen wir hier heute tun mit dem Chefredakteur des Elite-Report, Hans-Caspar von Schönfels, am Rande der Auszeichnungsfeierlichkeiten für die besten Vermögensverwalter Deutschlands in München. Wir haben uns hier auf der Bühne getroffen, etwas leger auf die Bühne gesetzt. Ich hoffe, das funktioniert und ist auch gut. Herzlich willkommen, Herr von Schönfels. Ja, aufreger Thema Nummer eins sind natürlich die Negativzinsen. Die Notenbanken greifen immer stärker in die bestehenden Systeme ein. Können wir überhaupt noch von freien Finanzmärkten sprechen? Doch ja, der Vermögende muss jetzt die Chancen erkennen und er muss wissen, heute kann sich keiner mehr hinter hohen Zinsen verstecken. Heute muss man intensiv analysieren und arbeiten, um Renditen noch zu erwirtschaften. Ja, von verschiedenen Seiten wird daher das Motto herausgegeben, investieren statt sparen. Im Klartext heißt das ja eigentlich raus aus dem Sparbuch und rein in Aktien. Ist das auch aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Ja, das ist richtig, wenn man die Schularbeiten dazu richtig macht. Das heißt, ich muss mir die Märkte, die Wachstumversprechen genau anschauen, analysieren, wo ist begründete Hoffnung und dann muss ich dort investieren. Das ist so. Es bleibt ja nicht überall negativ auf der Welt. Es gibt immer gute Märkte, die zu nutzen sind. Und das kann eben nur wirklich ein Profi. Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn es ist ja eine sehr komplexe Materie. Das haben wir im Jahr 2016 auch immer wieder gesehen und erlebt zum Jahresstart mit dem China-Crash, mit dem Brexit, mit der Wahl von Donald Trump und den Volatilitäten an den Märkten. Kann man das in der Tat als Privatanleger überhaupt noch leisten oder braucht es? Sie haben den schon Profi genannt, also einen unabhängigen Vermögensverwalter, der mit einem Kompass durch diese Gegenden führt. Also ich habe sehr viele Leser gehört, gesprochen, die ihr eigenes Vermögen managen und sehr viel verloren haben. Besser ist, einen Qualitätsvermögensverwalter zu suchen, der diese Recherche, diese Marktanalyse nicht nur bewerkstelligen kann, sondern auch zu nutzen weiß. Denn er muss Erfahrungsbreite haben und er muss tiefe Röntgenaugen haben, um Aktien zum Beispiel zu durchleuchten. Sie haben auch in diesem Jahr die besten Vermögensverwalter gesucht. Im Laufe des heutigen Abends werden sie gekürt. Was macht denn die Crème de la Crème der unabhängigen Vermögensverwalter besonders gut aus Ihrer Sicht? Also Sie wissen, Ihre Empathie zu nutzen. Sie finden heraus, was der Kunde will und was er nicht will. Und auf der anderen Seite verfügen Sie über gute innere Intelligenz. Das heißt, was ich eben sagte, Sie können die Analysen betreiben. Sie sehen die Chancen an den Märkten, sehen aber auch die Risiken. Und daraus können Sie eine Anlagekultur entwickeln, die tatsächlich immer noch Renditen bringt, auch wenn wir in Zukunft mit etwas geringeren Renditen rechnen müssen. Sie schauen sich natürlich auch immer wieder an, wie viele Assets an der Management sind und wie sich die auch entwickelt haben. Auch das ist ja durchaus ein Qualitätssignal. Wie hat sich denn hier die Gemengelage entwickelt im abgelaufenen Jahr? Eigentlich erstaunlich. Die Elitehäuser haben Mittelzuflüsse in den letzten zwölf Monaten von 15 Milliarden plus, während die anderen Banken stöhnen und klagen, dass sie nicht mehr über die Runde kommen. Die sprechen von Entlassung und so weiter. Also die Qualitätshäuser haben Zugewinne und sie haben, auch wenn es schwer ist, ihre Kunden beglückt durch Wert, Vermögenserhalt und Zuwächse. Also wir im vergangenen Jahr hier waren, habe ich mit vielen Vermögensverwaltern gesprochen. Da war das Thema digitale Vermögensverwaltung so ein bisschen noch am Horizont, noch ein bisschen in der Ferne. In den vergangenen Monaten hat sich aus meiner Sicht eine Menge entwickelt. Es gibt viel, viel in den Medien, viele Berichte. Frage an Sie, was ist von dieser digitalen Vermögensverwaltung, Robber Advisoring auch genannt, zu halten? Ist es eher Fluch oder Segen für die klassische Vermögensverwaltung? Das sowohl als auch. Also die modernste Technik ist gut für den Prozess des Vermögensaufbaus. Das können Sie in etwa ganz gut organisieren. Bei den Vermögenden, das sind ja vornehmlich ältere Leute, da ist eine persönliche Betreuung, eine enge Mandatierung zum Vermögensverwaltung unerlässig. Die ist das A und O. Denn es geht ja über das eigene Kapital hinaus. Es gibt ganz andere Fragen mit der Vermögensnachfolge zum Beispiel, mit anderen Investitionen und, und, und. Also dieser Prozess lässt sich nicht durch eine Maschine ersetzen. Sie können auch nicht Ihren Hausarzt ersetzen, sondern der weiß, wie ihr Herz schlägt oder wie die Leberwerte sind. Und insofern sind Sie bei einem persönlichen Vermögensverwaltung immer besser aufgehoben, wenn er die Qualitäten hat. Ich bin mir sicher, dass es nicht wenige Menschen da draußen gibt, die sagen, das interessiert mich sehr. Wer sind die besten Vermögensverwalter? Was können die besonders gut? Wo kann ich mich informieren? Wo bekomme ich die Informationen, um vielleicht auch den richtigen in meiner Region rauszufinden? Also Sie können unseren Report natürlich kaufen. Das ist ganz klar, elitereport.de angucken. Der Kurs 39,80. Leser vom Handelsblatt kriegen doch Rabatt 10 Euro. Ansonsten glaube ich, dass die Häuser, die wirklich gut ausgezeichnet sind, die rühren schon die Werbetrommel, dass sie so gut weggekommen sind und dass sie so gut gepunktet haben. Also man muss nur aufmerksam hingucken. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns diese Informationen schon vorab gegeben haben. Wir machen jetzt die Bühne frei für die Auszeichnungsfeierlichkeiten, die in wenigen Momenten hier beginnen. Es füllt sich auch schon ganz langsam Herr von Schönfels. Sie wollen zu Ihren Gästen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und eine erfolgreiche Zeit hier. Vielen Dank.